Wir sind jetzt hier im Olympiastadion, beziehungsweise ich. Möbrutz wurde wieder zurückgeschickt wegen seinem Rucksack. Der musste jetzt irgendwie, muss er den irgendwo abgeben, glaube ich. Ich weiß aber tatsächlich nicht, wo er ist oder wo er hingeht oder wo er hin muss. Ich muss jetzt hier einfach warten. Moin Freunde, ich und Miriam machen wieder einen Vlog, wir sind heute im Stadion, es wird gut. Herr Tino war gerade da und genau in dem Moment bist du einfach weg. Ja, hast du schon erzählt? Was? Dass ich meinen Rucksack abnehmen musste? Ja, ja, hab ich schon erzählt. Schick, wa? Schick. Da geht's nachher richtig ab. Und wir sitzen. Wir gehen jetzt mal rum und fragen ein paar Leute nach dem Spielergebnis. 2-0. Und du? Ich denke, es wird 3-1 sein. Ich denke, es wird 3-2 sein. Warum guckst du das Spiel? Wir lieben Fußball und wir sind Besucher. Wir leben in der Czech Republik. Ich würde sagen, es wird 2 Minuten für Bakium. 3-1. Und einmal noch Richter. Hallo. Das Spiel endet 1-0. Der Torschütze ist Luke Bakium. Ich denke, es wird 3-1 für Hertha. Ich will John Joe Kenny Hattrick, weil er mit dem Spiel spielt. Okay. Erstmal richtig hart angesprochen die ganze Zeit. Und dann? Ja. Ich spreche auch. Wir würden 1-0 für Hertha und Dodi macht heute seinen 8. Sitzung. Ciao. Perfekt, danke. Okay. Frag erstmal deinen Tipp heute. 3-1 für Hertha. Tore machen. Kanga 1. Selgewinner spielt 1. Und Luke Bakium definitiv. Ich sage Selge macht 2. 2-0. 2 Selge. Okay, okay. Aber Luke Bakium schießt auf jeden Fall 1, sage ich. Sag es an. Wir laufen jetzt. Hier strebe ich zu Artinho. Weil er da hinten geht. Kommt dann ein Foto bei uns. Da kommt nur Halt. Oder genau da oben, der schwarze. Wir haben eins. Wir haben den echten getroffen, den echten Bären. Ja. Richtig. Wir sind einfach cool. Ja. Das war sehr gut. Die Pommes sind richtig geil, Alter. Mh lecker. Mh lecker. Pommes. German hat Power. Schon geil. Sehr geil. Es ist echt nah am Platz. Hat Moritz echt gut aussehen. Keißer. Da helfen wir jetzt nach 80 Jahren. Er ist wirklich so ein guter Mann. Moritz! Wir sind die Richtigen! Jawohl, jawohl! Weg bei Moritz! Hallo! Die kommen! Merze! Es geht ab, Miriam! Oh, noch mal Gas! Ich bin richtig hype, ne? Das wird gut! Oh, jetzt! Zack, 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 zack! Nur nach Hause! 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 In mir! Wir sind richtig! Wir sind richtig! Zuhause! Nicht ganz sehr. Noch nah, wir sind nicht so schön! Los »& Es ist einétait Kür hatch! T объ ACBs! Eristice! Jaaa! That's your game! Seuss her! Seuss her! Das ist der erste! Wahnsinn! Der erste! Seuss her! Ta спiracht! After the first! Seuss her! Tore! Kanga! Tore machen! Kanga! Hast du's drauf gesagt, oder? Tore! Tore! Hat einfach gerade gegen den Pfosten geschossen von 1m in die Latte Ja, es hat sogar rüber geschossen, gegen Latte rüber. Ein Meter in Scherano. Jetzt ist Halbzeit. Wir dachten gerade, es steht 1-0. Wir haben es gar nicht gecheckt, eine halbe Minute lang. 2.3.9. Hertha hatte schon eine Ecke. Ansonsten ist noch nichts passiert. Aber das ist nicht so geworden. Ja! 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 Wir machen etwas. 9-0. Yeah! Ja? Herr, Mann! Kaffee! Kaffee! Kaffee!